Stahlschlagringe brauchen wir auch nicht verkaufen. So, gucken wir auf ein schönes Punktkonto an Kohle. So, Patronenhülsen behalten wir. Die Lärm behalten wir auch. Fahrradlenker können wir uns bauen oder verkaufen. 150 bringt uns erstmal mehr. Klebeband hat ja 29 da. Würde uns kosten 2000. Niemals. Flasche mit Säurekrimer eventuell noch. So, wir brauchen eigentlich was zu essen. Ne, brauchen wir nicht, aber... Alter. Pizza. Alle 5 Wurkauf mal. Heidebeeren brauchen wir nicht. Maiskolben. Würden uns das kosten. Jawohl. Wildbret kostet uns 540. Das ist aber... Nimm mit. Ja, wir haben 55 Wildbret da. Penner einen Topf, zwei Stück, 804. Wir haben die Kohle da, was wollen wir damit machen? Dann können wir uns mal komplett eindecken. Schleppen das Zeugs nach Hause. Und dann gehen wir los. Spezialwohnen. Die Bücher müssen wir dann später... Allebei. Ich bin so der Armbrust-Typ, weißt du. Mit der renne ich gerne rum. Boah, 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 boah. 7400, die hat uns noch ein bisschen sparen. Ja, wir müssen nachher... ...sowieso sparen. Auf die Solarpaneele. Aber das kommt noch, das kommt noch. So, jetzt werden wir erstmal wieder zurück. Wir haben hier noch einstecken. Oh, nice. Das hat sich wieder gelohnt. Geil, 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 geil. Ach, darf man dir nicht sagen. Purnus, Purnus. Nein, nein, nein. Das darf man dir auch nicht sagen. Ja, ich glaube, wir sollten dann auch mal was... ...zu essen und zu trinken mitnehmen. Bep. Genau. Ja, wir haben... ...alle... ...so und so viele Tage Riesbogen von dem Zeugs. Aber ich kann ja immer nur einmal spielen. Also ich nehme mir mal eine Riesenrunde auf. Und dann... ...dauert es wieder eine Woche. Zwei Wochen, bis ich wieder aufnehme. Warte, wo bringen die Eier raus? Deswegen kann ich dann das alles immer wieder looten. Jawu, jawu, jawu. 13 könnte man bauen. Sind 3 Minuten 19. Das ist schon zu viel, aber... Koch. ...einfach einfach. Dann hätten wir gekochtes Wasser. Das sind... ...5 Minuten noch was. Kommt, pack noch eins drauf. Das reicht. Dann können wir die wieder da hinpacken. Dann haben wir das für einen Einbauer. Das. Die auf keinen Fall. Und ich muss hier auf jeden Fall... ...irgendwann mal richtig sortieren. Und das kann man gleich hier rinschmissen. Habe ich vergessen, einzuschalten. Tatsache. Benutzen. Benutzen. Hä? Habe ich nicht auf Kochen gedrückt? Nice. Aber ich dachte, es stand hier irgendwas damit kochen. Mit 3 Minuten noch was. Oh, geil. Ergert mich ruhig. So, hier haben wir ja nochmal... ...gekochtes Wasser. 1, 4, 5. Ja, passt schon. Müssen wir noch was essen? Nein. Aber trinken? So, jetzt machen wir mal hin hier. Mensch, das nervt. So, Nitrat. Brauchen wir nicht Nitrat zum Bauen auch? Ist egal. Das kommt hier nicht rein. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Das kommt hier rein. Das. Das. Nice. Oh, schön. Das und das. Cool. Achso, hier hat man ja... Das gleich drin. Ja. So, nein. Das ist nicht. Ja, das war mir klar, dass das dann wiederkommt. Das hat man auch nicht getrunken. Das hat man drüben drinne. Nein. Kleber hat man hier. Das hat man hier. Das hat man hier. Haben wir das hier? Ne, haben wir auch drüben. Munition komplett sowieso drüben. Das. Das. Das packen wir auch drüben rein. Bleib. Bleib. Das, das, das. Eisen können wir auch mit hier herpacken. Genau. Die Munition auch. Das haben wir schon so viel drüben. Nice. Hammer soweit. Dann können wir hier mal eins essen. Hier mal eins trinken. Hier wollte ich eigentlich reingucken, was wir uns alles bauen können, aber nächste Nacht. Wie weit ist es weg? Fast vor dem Militärlager. Und die Vorräter haben wir da auch noch. Nice. Können wir da mal hinlaufen. Sehr schön. Wir sind jetzt immerhin bei 125 Ausdauer. Und. Das ist doch Kohle. Kohle müssen wir uns auf jeden Fall. Kriegpunkt speichern. Haben wir noch gar nicht. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Ja, nehmen wir mit. Hier wird wieder einer geskillt. Macht ruhig, macht ruhig. Ich baue es dann irgendwann wieder ab. Ich kann das nicht leiden, wenn er immer wieder rumsteht. Ach, ist scheißegal. Nein. Jawoll, mehr Eier. War es schon cool, wenn man so ein paar Lebensmittel in Reserve hat. Das fetzt. Das ist der nächste Block. Wie viele haben hier denn schon angefangen? Das ist ja krass. Alteisenstiefel. Das sind auch noch besser als wir haben. Zolle ich die trotzdem. Drecksdinger. Hm, jetzt mal schon lang. Da hätten wir nicht. Da haben wir ein Auto. Hm. Ein Lootable. Wenn es das mal aufmachen kann. Haben wir eigentlich noch Skilpunkte? Nein. Haben wir schon sehr gut verteilt. Den breit schon mal ja auch nur geskillt, damit wir dann nachbauen können die Dinger. Oh, wir müssen unbedingt in diese Reparatur Dinger rein. Wir brauchen mehr Repkits. Jetzt lenke mich mal hier nicht überall ab. Ich lege hier überall was rum. Dann machst du noch ein Auto. Wir wollen buddeln gehen. Okay, hier ist auch wieder. Federn und Eiern müssen wir mitnehmen. Na, geh doch mal rein da. Irgendwas ist hier gerade auch. Gehs bohren. Okay. Ach, da sieht man traurig nach vorm, dass das normale Steine sind. Ja, wir sind da. Ja, wir nehmen an. Und hier. Drinnen bleiben. 3,4 Meter von 25 Metern. Seit wann zeigten der das ein? Bis ich jetzt da oben hast. Oben rechts in der Ecke. Da weißt du es ja gleich, dass es hier ist. Spawn hier. Gut. nicht ruckeln jetzt ruckelt immer noch wissen los arbeitsspeicher 80 prozent gpu 50 prozent ruckeln 1,9 1,9 ich muss nur tiefer 0,9 1,3 da komme ich aber nicht wieder hoch haben wir überhaupt steine dabei zum reparieren ist das richtig? nein 0,8 aber es ist einfach nur tiefer es dürfte ruhig mal irgendwann wieder zusammen gehen das ist schon steil 1,8 jetzt hat er umgeschnackt jetzt geht es weiter nach links ist das hier? ok da können wir auch hin drunter bleiben jetzt müssen wir da wieder raus da ist 0,4 das heißt wir sind kurzer d oh das stimmt doch nicht leute zeitpunkt ist ein teils zu machen hilfe komm jetzt herr hier du hast da eindeutig was fallen lassen hepp auf mach sauber so runkel runter ok nee mach mal bisschen besser wenn ich das hier wirklich noch drin stecken bleibe bleibe 2m 1,3m mach mal hier unten licht mensch ja du näherst dich dem schätze dass sie da ist hier unten ja oh der ist aber tief alter schwede ähm das ist schon mal monstermäßig gelohnt krass mich gar nicht wir haben den von hinten die beiden von vorne x 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 Wurrt?